Der SV Darmstadt und Bayern München trennen sich 2 zu 5 am Ende, kann man glaube ich überwiegend sagen, es war ein souveräner Sieg für den FC Bayern, aber da waren wieder so 1-2 Fehler dabei, die vollkommen unnötig waren. Alleine das 1 zu 0 war schlecht verteidigt, auch Bayern hätte ja schon vorher in Rückstand gehen können, vielleicht sogar müssen, denn Neuer musste seine Pranke hochreißen und eine super Parade auspacken, deswegen muss ich sagen, Bayern am Anfang sehr fehlerbehaftet und es war ja auch Skarke, der die Darmstädter in der 28. Minute in Führung brachte, schlecht verteidigt, schlechtes Stellungsspiel, Neuer wäre noch fast drangekommen, aber trotzdem muss ich sagen, was heißt, es ging in Ordnung, aber die Darmstädter haben einfach diese Kaltschnäuzigkeit gehabt und bei uns war wieder diese Verunsicherung zu spüren, die wurde allerdings relativ schnell wieder abgelegt, es war Musiala, der in der 36. Minute das 1 zu 1 machen konnte, so war wieder ein bisschen mehr Ruhe drin und der Puls konnte wieder ein bisschen sinken. Auf 0 war der Puls wieder, als Harry Kane in der Nachspielzeit in der ersten Minute der ersten Hälfte das 1 zu 2 gemacht hat, da war wieder, sage ich mal, diese Souveränität da, die man dann für die zweite Halbzeit anwenden konnte. Man hatte auch das Gefühl, dass in der zweiten Halbzeit Darmstadt vielleicht so ein bisschen die Kräfte verlassen haben, vielleicht auch zu viele Fehler behaftet waren und als Musiala dann in der 64. Minute das 1 zu 3 gemacht hat, hat man so ein bisschen gemerkt, dass Darmstadt so ein bisschen in sich zusammenfällt und auch einfach vielleicht die Kräfte und die spielerische Klasse einfach nicht ausreichend da war, muss man einfach so sagen. Was bitter ist, dass Pavlovich einen Zusammenprall hatte mit dem Kopf eines Darmstädters, das war sehr, sehr schmerzhaft. Er hatte auch ein richtig angeschwollenes Auge auf der Bank, sah auch sehr benommen aus und ich hoffe sehr, dass er die Länderspielreise mitmachen kann. Wenn nicht, dann muss halt Goretzka mit, aber ich würde es ihm gönnen, weil das hätte er sich auf jeden Fall verdient, weil sowas wünscht man sich einfach nicht. Oder allgemein wünscht man ihm sowas nicht, weil er ist noch so jung, er macht wirklich eine super Saison bisher und ich würde ihm echt wünschen, dass er mitkommen kann. Harry Kane hat dann ja auch noch Bekanntschaft mit dem Pfosten gemacht, hat dann Schmerzen gehabt, musste ausgewechselt werden. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes bei ihm ist, dass er nach der Länderspielpause wieder voll einsatzfähig ist. Wir brauchen ihn jetzt gerade in den Wettbewerben wie der Champions League und ja, ich hoffe, dass da nichts Schlimmes ist. Ich habe noch keine Informationen, ich hoffe, dass sich das schnell klärt und dass da schnell Informationen rüberkommen. Das 1 zu 4 durch Serge Gnabry, der jetzt auch wieder langsam reinkommen muss, etwas Spielpraxis sammeln muss, hat das auch wieder gut gemacht. Sicherlich waren Mainz und Darmstadt jetzt nicht die Übergegner, aber trotzdem hat er eine sehr gute Leistung dafür, dass er länger nicht gespielt hat, absolviert. In der 74. mit dem 1 zu 4. Das war dann definitiv die Entscheidung. Das 1 zu 5 dann noch durch Mathis Tell in der dritten Minute der Nachspielzeit war dann auch widerstandesgemäß. Aber was dann wieder so ein bisschen genervt hat, dass wir nochmal ein Gegentor kassieren mussten durch Wilhelmsson. Es war schlecht verteidigt wieder und sicherlich hat man das Ding gewonnen, aber das Gegentor war wieder sowas von unnötig. Und das ist das, was den FC Bayern dieses Jahr ausmacht. Unnötige Gegentore und vor allem, wir haben in der gesamten Rückrunde noch nicht einmal zu Null gespielt. Das spricht Bände für die Abwehr. Trotzdem war der Sieg wichtig, aber die Fehler müssen trotzdem beseitigt werden. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonniere nicht vergessen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao. Wir hören uns im nächsten Video und wir hören uns im nächsten Video.